Logik ist ein Thema, das in jedem Informatik-Grundstudium mindestens mal in Deutschland eine gewisse Rolle spielt und nicht immer das beliebteste Stoffgebiet der Studierenden darstellt. Insofern ist es sicherlich angemessen, ein bisschen Motivation einzuschieben, bevor ich in den nächsten Videos noch ein bisschen mehr über formale Logik erklären möchte. Das heißt, heute geht es erst einmal um die große Frage Logik für InformatikerInnen. Ist das überhaupt was? Brauchen wir das? Was soll ich damit? Mein Name ist Markus Krutsch. Willkommen bei dieser kleinen Videoreihe zum Thema formale Logik in der Informatik, sollte ich vielleicht jetzt sagen. Wir haben vorher über formale Sprachen und Automaten gesprochen, aber dieser Teil wird auch ein bisschen Bezug dazu haben, aber kann auch unabhängig angeschaut werden. Logik für InformatikerInnen. Was sollen wir damit? Die große Frage, die wir am Anfang sicherlich stellen müssen, ist, warum? Ja, warum müssen wir uns das anschauen? Was soll die Logik in der Informatik? Logik, das klingt ein bisschen nach Philosophie und ein bisschen nach Mathematik, aber was hat das eigentlich mit uns zu tun? Und darauf möchte ich Ihnen ein paar Antworten anbieten, die Sie hoffentlich motivieren werden, dann auch weiter bei uns zu bleiben, wenn wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Eine erste allgemeine Antwort, die Sie natürlich an vielen Stellen finden, in Büchern zum Beispiel, ist im Prinzip diese Gleichung. Die Logik ist für die Informatik das, was die Analyse für das Ingenieurwesen ist. Wenn ein Ingenieur oder eine Ingenieurin eine Brücke bauen möchte, dann benötigt sie gewisse mathematische Grundlagen und das Gerüst dafür ist die Analyse. Und die Gleichung hier behauptet, dass Logik diese Rolle in der Informatik hat und da ist viel dran. Also man könnte das auch so formulieren, wer rechnende Systeme verstehen und konstruieren will, der benötigt passende mathematische Modelle. Und dieser Weg führt eben oftmals zur Logik. Mit Analysis kommen wir bei der Programmanalyse, bei dem Verständnis von Software, bei der Untersuchung von Anfragesprachen auf Datenbanken oder von Prozessen, die unsere Systeme in irgendeiner Weise ausführen, nicht sehr weit. Selten, dass Analysis da das Tool ist, was uns am meisten hilft. Tatsächlich ist dieser Ansatz wirklich auch in Benutzung. Natürlich, Sie kennen den bereits aus den noch grundlegenderen Kursen, die Sie sicherlich schon gehört haben. Natürlich ist Programmlogik etwas, was relevant ist und logische Schaltungen kommen auch in der Informatik vor. Sie haben vielleicht auch schon ein bisschen Aussagenlogik im Zusammenhang mit der technischen Informatik gelernt, wo es eben um Gatter und Flipflops und dergleichen geht. Ich muss aber gleich sagen, dass die Art der Logik, die ich hier einführe, noch ein bisschen eine andere Perspektive hat, als man sie in der technischen Informatik oder auch in der reinen Mathematik in der Regel hat. Also durchaus noch ein bisschen eine Erweiterung oder eine Ergänzung darstellt zu dem, was Sie vielleicht schon gehört haben. Man kann dann, wenn man Informatik so betrachtet, praktisch relevante Eigenschaften durch logisches Schließen berechnen. Also man kann Schaltkreise zum Beispiel vereinfachen oder minimieren. Das ist eine der ersten Anwendungen formaler Logik in der Informatik gewesen und etwas, was viele Leute in Sowjetunion und USA parallel beschäftigt hat. Wie kann ich es schaffen, eine logische Schaltung mit möglichst wenig Hardware zu realisieren? Wie kann ich das minimieren, sodass immer noch die gleiche logische Funktion berechnet wird? Das ist also ein wichtiges, praktisches Problem gewesen und ist auch heute noch ein wichtiges Problem, das man also mit Logik lösen kann. Heute ist es aber so, dass die größte Anwendung wahrscheinlich der formalen Logik in diesem Bereich die Verifikation von Systemen ist. Also das heißt, die Analyse auch von höherer Software, nicht nur von einfachen Schaltungen und Flipflops, sondern von ganzen Softwareprojekten, von Algorithmen, von Protokollen mit formalen Methoden. Und da ist die Logik eine ganz wichtige Größe. Okay. Das ist mein erstes Darum auf die Frage, warum brauchen wir das? Aber nicht das Einzige. Zweite Antwort. Darum Nummer zwei. Logik, das ist die Wissenschaft vom folgerichtigen Denken. Das ist ein bisschen die philosophischere Sichtweise. Slogan, wer intelligente Software entwickeln will, der muss logische Schlussfolgerungen algorithmisch umsetzen. Die Logik liefert die nötigen Methoden. Thema künstliche Intelligenz. Wir möchten das Computer logisch denken. Was heißt das überhaupt? Was bedeutet es logisch zu denken? Darüber haben sich Gelehrte seit ein paar tausend Jahren schon den Kopf zerbrochen. Und es ist vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn wir einen Teil davon auch in unseren intelligenten Systemen wiederfinden und umsetzen. Und viele Ansätze, Intelligenz im Computer zu realisieren oder sagen wir smartes Verhalten zu realisieren, haben eine ausgeprägte logische Komponente. Auch wenn das nicht immer die Komponente ist, die vielleicht in den Medien als die wichtigste dargestellt wird. Stichwort Machine Learning ist natürlich auch eine interessante Technologie. Kann man auch viel machen. Die Grundidee ist hier, dass man also mit dieser Schlussfolgerung oder mit der Logik, mit der Darstellung, gültige Zusammenhänge und Regeln kodiert. Regeln des Denkens, Regeln des logischen Schließens. Und dann in gewisser Weise, wenn man etwas Neues ableitet, intelligentes, rationales Denken simuliert. Wir wissen, wir Menschen sind nicht immer so rational, aber von Computern erhoffen wir es uns in der Regel schon. Und das eben, wie gesagt, ganz wichtig in der künstlichen Intelligenz. Verschiedene KI-Anwendungen, auch andere Themenfelder der KI, die zum Beispiel mit Planung oder anderen Themen sich beschäftigen, sind stark von logischen Methoden durchdrucken. Darum zwei. Fällt uns noch mehr ein. Ja, darum drei. Logisches Schließen als eine Form von Problemlösen. Ja, es stellt sich heraus, dass logisches Schließen nicht einfach ist. Und um logische Probleme und die Aufgaben, die Berechnungsprobleme, die auftauchen, wenn man sich mit Logik beschäftigt, zu lösen, muss man sehr effiziente, sehr ausgeklügelte Algorithmen entwickeln. Und es stellt sich heraus, dass bedeutende Klassen von schweren Problemen sich durch solche logische Schlussfolgerungen lösen lassen. Und die Algorithmen, die wir dann zur Lösung entwickeln, sind in vielen anderen Bereichen gut anwendbar. Das heißt, was wir hier verwenden, ist Logik als Spezifikationssprache. Wir wollen mit logischen Mitteln ausdrücken, was wir eigentlich wollen, was die gewünschte Lösung eines Problems vielleicht für Eigenschaften haben sollte. Und wir suchen dann mit Hilfe des logischen Schließens nach gültigen Lösungen. Wo könnte das zum Beispiel passieren? Ja, stellen Sie sich mal vor, ein Paketmanagement-System. Sie haben irgendeine Distribution von Software-Erweiterungen, zum Beispiel die Erweiterungen in einer IDE wie Eclipse typischerweise, oder die Pakete in einer Linux-Distribution oder einer anderen Software-Distribution. Da gibt es sehr viele Abhängigkeiten. Das sind logische Beziehungen. Wenn Sie die Version so und so von dem einen Paket installieren wollen, dann benötigen Sie diese Version so und so von dem anderen Paket. Oder dieses Paket ist inkompatibel mit diesem anderen. Sie dürfen nicht beide gleichzeitig installiert sein und so weiter. Die Aufgabe eines Paketmanagers unter anderem ist es, Lösungen für die entsprechenden Einschränkungen und logischen Beziehungen zu finden, die in so einem System gelten. Das kann man ganz allgemein als Constraint-Satisfaction-Problem auffassen. Das ist eine Art von Optimierungsproblem, die sich da entspinnt. Also wie können Sie möglichst viel von Ihrer Software behalten, auch wenn es Konflikte gibt zum Beispiel. Es gibt auch viele andere Optimierungsaufgaben, die einen logischen Charakter haben. Ich hatte Planung erwähnt. Das ist in gewisser Weise auch eine Optimierungsaufgabe. Wie können Sie durch eine Reihe von Aktivitäten ein bestimmtes Ziel erreichen? Es gibt auch Scheduling als eine verwandte Problematik. Wie müssen Sie Dinge der Reihe nach ausführen und zusammenbringen, damit sie in die möglichen Zeitabläufe passen und so weiter. Also solche Optimierungsprobleme lassen sich oft gut mit logischem Schließen erklären und auch lösen. Darum drei. Darum vier. Ich habe noch eins. Logiken sind Beschreibungssprachen. Überall, wo Informationen maschinell kodiert werden und wo exakt spezifiziert ist, was eine Anwendung aus dieser Kodierung ableiten darf, hat man es mit einer Logik zu tun. Das ist schon eine weitergefasste Definition, aber ich denke, eine, die zutreffend ist. Logik als Oberbegriff exakt spezifizierter Datenformate. Wenn Sie wissen, was es bedeutet, dann ist es eine Logik. Auch wenn Sie vielleicht nicht viel Logisches schließen, darauf unternehmen wollen, vielleicht sind Sie zufrieden mit dem, was dort steht und Sie können das einfach in Ihrem Programm auswerten. Aber wenn man exakt ist, dann ist man sehr nah an der Denkweise, die auch in der Logik gängig ist. Und das ist etwas, was wir in der Informatik ganz oft brauchen. Also die Idee, etwas exakt spezifizieren zu können, etwas formal, nicht unbedingt rein mathematisch, aber förmlich in dieser Art und Weise, dass es klar ist für jemanden, der es zum Beispiel implementieren soll, darzustellen. Das ist für uns ganz wichtig. Und wenn uns das gelingt, bei einem Dateiformat zum Beispiel, bei einer Datenbanksprache, bei einer Abfragesprache vielleicht, dann können wir allerhand Analysen auf diesen Daten oder auf diesen Abfragen in der Datenbank durchführen. Also das heißt, Schlussfolgerung im logischen Sinne kann dann benutzt werden zur Interpretation, zur Optimierung, zu anderen Analysen dieser Datenformate. Das hat auch wieder Anwendungen. Die größte in der KI ist die Wissensrepräsentation sicherlich, in der man Logiken ganz umfangreich als Beschreibungssprachen einsetzt. Da wird also viel logisch spezifiziert, zum Beispiel in der Medizin oder in den Lebenswissenschaften gibt es sehr viele große logische Theorien, die letztlich die Zusammenhänge von bestimmten Krankheiten mit bestimmten Körperteilen oder mit bestimmten Medikamenten kodieren. Es gibt aber auch in den Datenbanken eine große Verbreitung von Logik. Ja, Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass SQL im Prinzip die relationale Algebra umsetzt und dass die relationale Algebra im Prinzip das gleiche ist wie die Prädikatenlogik. Also da gibt es auch enge Beziehungen zu bestimmten klassischen, weithin bekannten Logiken. Und das ist nicht das Einzige. Sie können vieles andere mit Logik machen. Zum Beispiel CSS-Optimierung. Also wenn Sie eine CSS-Datei, CSS3 müssen wir vorsichtig sein, ist schon sehr komplex, ist Turing mächtig mit HTML5 zusammen. Aber die typischen CSS-Bausteine, die Sie haben, wenn Sie die minimieren wollen, wenn Sie also die gleichen Stile mit möglichst wenigen Aussagen darstellen wollen, dann könnten Sie das versuchen mit Logik zu tun. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Was ist die kleinste CSS-Datei, die äquivalent ist, logisch gesehen, zu der, die Sie vor sich haben. Und das ist eine ganz andere Art der Minimierung, als man gemeinhin findet, wenn man einen CSS-Minimizer laufen lässt und dann irgendeinen nicht mehr lesbaren Code erhält, in dem die Bezeichner alle gekürzt worden sind und die Leerzeichen entfernt wurden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit der Minimierung, aber eine, die nur rein syntaktisch ist und nicht die wirkliche Bedeutung dieser CSS-Datei betrachtet. Also das ist auch ein Beispiel von etwas, was eigentlich ganz einfach scheint, aber wo trotzdem eine Logik drinsteckt. Okay. Gut, also Sie sehen, ganz unterschiedliche Themengebiete, in denen Logik vorkommt. Und ich glaube auch die Denkweise, die wir erlernen, wenn wir mit Logik arbeiten, ist nützlich, um viele andere Gebiete besser zu verstehen, um informatisch zu denken. Das ist zumindest mein Eindruck, auch aus dem Feedback, was ich erhalte in Kursen im Masterbereich, wo vielleicht auch mal jemand teilnehmen kann, der vorher nicht Informatik studiert hat und wo ich dann schon merke, das ist eine ganz schöne Hürde, ja. Also Sie haben viel gelernt im Bachelorstudium, was gar nicht so sehr mit Fakten zu tun hat, sondern mit Ihrer Denkweise und mit Ihrer Art an Informatikprobleme ranzugehen, die es Ihnen erleichtern, dann auch ganz neue Themen, auch technische Themen sich zu erschließen. Okay. Gut. Das ist also die Motivation. Wir brauchen Logik. Jetzt ist die große Frage natürlich, was ist das eigentlich? Was ist Logik? Und das ist tatsächlich eine Frage, die auch Logiker und auch Mathematikerinnen, die in diesem Bereich aktiv sind, erst mal stutzen lässt, denn es ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen, was genau wir hier meinen, ja. Also ganz allgemein gibt es natürlich Wörterbuchdefinitionen, die etwas über Logik sagen, die Wissenschaft vom folgerechtigen Denken etc. Aber das ist natürlich nicht sehr genau und sagt uns wenig darüber aus, was wir genau meinen mit einer bestimmten Logik in der Informatik und Mathematik. Es stellt sich heraus, wenn man sich so anschaut, was verschiedene Wissenschaftlerinnen unter dem Thema Logik verstehen und erforschen zurzeit, so dass Logik ein allgemeiner Oberbegriff ist für eine große Menge an mathematischen und technischen Formalismen. Manchmal ist es auch nur eine Frage der Perspektive. Aber gekennzeichnet sind diese Formalismen immer dadurch, dass sie zumindest eine Syntax haben, das heißt eine normale Sprache. Ja, da kommen wir doch nochmal zurück zu den formalen Sprachen. Normalerweise in Form von Formeln mit logischen Operatoren und oder Negationen. Diese Dinge, die Sie sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen haben. Und dass diese Sprache, diese Syntax, dann versehen wird mit einer Semantik. Das heißt, es gibt eine Definition der Bedeutung, die uns klar macht, worauf beziehen sich diese Formeln überhaupt. Was sagen die aus? CSS zum Beispiel ist eine Sprache, die Eigenschaften einer bestimmten Baumstruktur beschreibt, des DOM-Baums, der ein HTML-Dokument beschreibt auf einer abstrakten Ebene. Und viele CSS-Ausdrücke sind zum Beispiel Abfragen oder Beschreibungen, die eine bestimmte Menge an Knoten in diesem Baum identifizieren. Und wenn Sie die einmal identifiziert haben, dann können Sie so etwas sagen wie, die Schrift in diesem Bereich soll in rosa erscheinen oder es soll irgendwie eine Border darum gezeichnet werden, etc. Also das ist die Semantik. Die ist nicht immer so konkret wie bei CSS, wo man sich auf einen bestimmten technischen Standard bezieht, aber kann ganz unterschiedliche Formen haben. Selbst wenn ich sage, CSS ist eine Sprache, die Knoten in Bäumen beschreibt, Mengen von Knoten in Bäumen, das ist schon relativ abstrakt, nicht wahr? Und in der Regel ist es natürlich so, dass wir in der Informatik ständig sehr abstrakt arbeiten, ohne dass wir es wirklich merken. Also insbesondere in der Software. Wenn ich mit Softwareingenieuren rede, dann merke ich, dass die extrem abstrakt denken, viele abstrakte Konzepte, auch Metakonzepte verwenden als Teil ihres normalen täglichen Arbeitens. Und in dieser Hinsicht sicherlich vielen Mathematikern auch in nichts nachstehen. Sie haben nur eine andere Spezialisierung gewählt. Aber wenn mir jemand sagt, Logik ist mir zu abstrakt, das glaube ich Ihnen nicht, das nehme ich Ihnen nicht ab. Sie haben in der Informatik ständig sehr viel Abstraktes um sich und normalerweise stört uns das wenig. Das ist nur die Frage, wie man randeckt und dann klappt es auch. Okay, also Logik, Syntax und Semantik, das sagt immer noch nicht sehr viel, aber es gibt uns so ein bisschen ein Gefühl, wo wir hinwollen. Die typische Zielstellung, wenn man das macht, und das ist vielleicht die Perspektive, die es letztlich zur Logik macht, ist, dass wir logisch Schlussfolgern wollen. Das heißt, wir erwarten normalerweise, dass man aus einer bestimmten Menge von Formeln oder einer bestimmten einzelnen Formel einen logischen Schluss ziehen kann. Das heißt, dass daraus etwas folgt, was man nicht offensichtlich ablesen kann von dieser Formel. Die Spezifikation dieser Schlussfolgerungen, also der Dinge, die daraus korrekt abgeleitet werden dürfen, sollte sich irgendwie aus der Semantik ergeben. Wenn ich sage, also dieser CSS-Ford-Ausdruck beschreibt eine bestimmte Menge von Knoten und dieser andere beschreibt eine andere Menge, die vielleicht eine Teilmenge davon ist, dann habe ich schon eine Beziehung zwischen den beiden. Und wenn zwei Ausdrücke, die zwar syntaktisch unterschiedlich sind, die gleichen Mengen von Knoten beschreiben, dann weiß ich, sie sind semantisch logisch äquivalent. Ich könnte den einen durch den anderen ersetzen oder alles, was für den einen gilt, folgt auch logisch für den anderen. Das sind so eine Art von logischen Folgerungen, die man aus der Bedeutung ableiten kann, wenn man sie einmal irgendwie förmlich definiert hat. Oft ist es relativ kompliziert, das zu tun. Die praktische Berechnung von Schlussfolgerungen ist in der Logik anspruchsvoll in der Regel und Gegenstand von viel Forschung und Ingenieursarbeit, das praktisch dann nutzbar zu machen. Okay. Es gibt sehr viele Logiken. Das ist natürlich der andere Zugang, den man wählen kann, wenn jemand fragt, was ist eigentlich Logik, dass man einfach eine lange Liste von Beispielen zeigt. Die im Detail allerdings anzuschauen, das würde weit über diesen kleinen Kurs hinausgehen. Das möchte ich hier nicht machen. Trotzdem seien ein paar genannt, damit Sie das mal gehört haben. Aussagenlogik, die kommt gleich noch in weiteren Videos im Detail. Hier Prädikatenlogik oder auch die Logik erster Stufe genannt, ist eine auch ebenfalls sehr weit verbreite Logik. Kennen Sie sicherlich auch schon aus Mathematikkursen und wird auch in der Informatik sehr viel besprochen. Nicht zuletzt, weil sie zum Beispiel mit Technologien wie Datenbanken, wie relationalen Datenbanken, bestimmte enge Bezüge hat. Es gibt auch Logik höherer Ordnung zweiter Stufe. Ja, ja, Prädikatenlogik zweiter Stufe. Es gibt Beschreibungslogiken, ganz weit verbreitet zurzeit in Wissensrepräsentation und künstlicher Intelligenz. Es gibt Temporallogiken. Die nimmt man zum Beispiel in der Verifikation in den formalen Methoden, oft wenn man ein System untersuchen will, denn die beziehen sich auf zeitliche Abläufe. Es gibt Logikprogramme, mit denen man also bestimmte Problemlösungsaufgaben kodiert und dann das logische Schließen nutzt, um das Ergebnis eines Programms zu ermitteln. Klassiker da ist Prolog. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist vielleicht nicht das populärste heutzutage. Answer-Set-Programming ist eine sehr weit genutzte oder sehr ausdrucksstarke Logikprogrammiertechnik, mit der man Optimierungsprobleme lösen kann. Es gibt eine Reihe von nicht klassischen Logiken. Intuitionistische Logik zum Beispiel, das hat eher die Mathematiker beschäftigt, die vor allem als ihre Grundlagenkrisen hatten, irgendwann im letzten Jahrhundert. Also da wurde diskutiert, ob die normale klassische Logik, mit der wir arbeiten, überhaupt die richtige Art des folgerichtigen Denkens ist, ob man nicht eigentlich anders denken sollte. Und da wurden auch philosophische Diskussionen um sowas geführt. Auch heute kann man mit Intuitionistischer Logik manchmal noch das eine oder andere Problem praktisch ganz gut lösen, aber sie hat auch sicherlich eine große philosophische Bedeutung. Mehrwertige Logik, probabilistische Logik zum Beispiel, wo man mit Wahrscheinlichkeiten irgendwas ausrechnet, auch das kommt vor. Und vieles, vieles andere mehr. All das werde ich im Wesentlichen nicht besprechen, aber jetzt haben Sie es schon mal gehört, auch nicht schlecht. Es gibt eine weitere Videoserie, die ich zu diesem Zeitpunkt erst noch drehen muss, aber die innerhalb der nächsten Monate dann auch erscheinen sollte zum Thema theoretische Informatik und Logik. Da wird dann noch mehr im Detail, auch vor allem auf die Prädikatenlogik eingegangen. Okay, das soll es jetzt gewesen sein für das Erste, das ist die Motivation, warum in der Informatik Logik eine Rolle spielt. Und ich werde ganz sanft anfangen in den nächsten Videos und Ihnen ein bisschen was über Aussagenlogik erzählen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020